ein wunderschönen guten morgen aus hamburg es ist 8 uhr 29 es ist dienstag der 23 februar mein ist carlos martins und sie hören uns live aus den traders lab trading und wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor so wie sieht es aus wir haben aktuell sind direkt in der mitte 14.000 das ist die big number dort oben da sind wir dichter dran das heißt wir spekulieren jetzt mal auf die big number bleiben bei diesem template und schauen uns dann denn das ist das template von den wohler boxen an wir hatten zur frühen abendstunde eine 12 box die dann direkt ausgebrochen ist wir hatten dann um 14 uhr eine 15 box und ihr wisst ja mittlerweile alle boxen unter 30 haben eine sehr hohe wahrscheinlichkeit dass die in einem sehr zügigen bereich dann aus dieser box raus treten 22 27 15 alles das hätte man treten können und gestern früh hier auch die 28 box auch die wer sauber in den tag profit gelaufen also big number nach oben es sei denn der markt bildet sich eine blue box dann wechseln wir 21 punkte aktuell die range für die ersten 30 minuten da war gestern ein bisschen mehr mit los schauen wir mal wechseln auf den linken chart und sehen dort die wohler boxen von gestern ja ich gehe mal hier auf den fünf minuten chart dann sehen wir das besser das haben wir hier gestern getradet die bereiche und dann war eigentlich nicht so viel gestern bei dem wohler boxen wie kommt die wohler box heute rein die wohler box heute bei 13.989 ja ich zeichne das mal ein auch für alle die die wohler boxen nicht haben ja die in der übungsphase sind oder wie auch immer rechte maustaste und dann wir haben wir 89 und dann 75 und ihr könnt die farbe einstellen könnte sie einstellen könnte rote einstellen könnte grünen einstellen ja könnte racing forest green machen ja da wird die box reinkommen carlos kannst du das mal wiederholen ja 13 9 89 ihr braucht euch ja nur eine zahl merken und dann geht es 15 punkte runter okay das wird voraussichtlich die box sein also 89 wenn ihr das bild kleiner machen wollt genau 89 zu 75 und dann bereiten wir uns auch gleich vor und gehen jetzt in die tagescharts rein wie jeden morgen und fangen an bei silber 28 02 aktuell in silber und gehen einmal in der dax rein dax hat das short signal gestern bei den amerikanischen märkten technologie börsen nicht bestätigt also ist wieder ein stückchen zurück gelaufen tagesbasis weekly basis alles in ordnung kommen wir zu öl 62 39 öl steigt weiter dann zu gold gold hat jetzt ja hier auf den wochen chart sehen wir das sehr schön und auf den daily chart sehen wir es auch noch mal die blauen sonnen ziehe ich mal hier runter so die unterstützung 1760 die hat jetzt erstmal hier gehalten 38 retracement liegt bei 1722 das ist dann das minimal ziel für diesen markt weiter geht's öl haben wir technologie börse sind wir aktuell short das bedeutet wir sind auf feilenden kurs das gewinn ziel normalerweise lag bei 13 150 wir brauchen jetzt nur noch 13 245 13 297 ist aktuell liegen leichter plus s&p 500 hat auch das signal gestern nicht bestätigt und ja zu allerletzt wo bleibt unser freund da unser freund ist bitcoin so bitcoin ist jetzt 10 prozent fast wieder zurückgelaufen wir sind bei 50.200 ja und wir sehen hier da das erste short signal ja bei bitcoin auf daily basis noch nicht in anmarsch aber könnte sein ja auf vier stunde sehen wir die erste rote sonne hier gestern bei dem niveau von 51.996 auf den stunden schadet das ganze so aus da gab es auch gestern bei 54.659 das erste signal es ging dann runter wenn ihr das mal euch anschaut was hier alles los ist bis runter auf 47.000 hier diesen print zumindest sieht es danach aus 30 minuten haben wir den gleichen kram 15 minuten auch ja also bitcoin erholungsphase in diesem markt okay das heißt wir haben die big number oben platziert und warten jetzt wo der kurs reinkommt alternative ist dann hier heute die big number bei 13 9 sehr spannend zu sehen auch hier ein sehr seltenes ereignis daily pivo und big number direkt auf einem punkt wir sehen es dort die blaue big number so das heißt tendenz haben wir heute eher long wir haben eine kurslücke ein gap was hier in dem bereich in der zone ist so das könnte eventuell noch geschlossen werden bei 13 9 27 also schauen wir der markt gibt uns die richtung vor wir haben unseren match plan wissen was zu tun ist hoffe ich ja und für die damen und herren die dann einen trade auflösen sollen haben bei 89 wird circa die box reinkommen die frage ist was wird jetzt die erste box sein und wie es ausschaut wird es die vola box sein auch für unser video tagebuch 13 9 89 long und 13 9 75 short und wir haben sehr dichte vola boxen oder die dicht beieinander stehen die nächste weiter weg number und ganz unten bei 13 8 67 erste trade long das bedeutet das ist der eröffnung straight heute für unser video tagebuch 13 9 75 dann short und der kurs ist relativ ruhig hier aktuell die trading range und heute morgen 36 punkte und nur zur information der erste trade für heute das heißt das tagesziel unsere 0,10 ist erreicht wir haben den schweizer franken japanisch jen in das gewinn ziel gebracht also schweizer franken japanisch jen heute tagestrade 7 4 raus wir sehen dass diese kleine bewegung hat gereicht in diesem markt weil wir besser eingekommen sind heute morgen und sind raus tagesziel ist somit erreicht das ist schon mal ein gutes gefühl britisch und austral dollar hingegen der entwickelt sich aktuell erst mal in die gegenrichtung aber da haben wir ja auch unseren so genannten match plan wann steigen wir aus oder gehen ein gegensignal diese beiden alternativen gibt es ja da warten wir noch so jetzt sehe ich gerade in meinem konto wir sind short angepasst und gehen erst mal in richtung gap close wollen nicht zu gierig werden und muss beim nächsten trade meine stop loss marken noch mal koordinieren gehe kurz mal zu christoph der wird wahrscheinlich jetzt auch im markt sein genau short ausgeführt erstes level hier gleich erreicht wir müssen bis zum dritten im ersten trade das gäbe damit also auch nahe zu schließen um hier ins ziel zu kommen hier unten ins gap close ich mach mal eine andere farbe das was nicht mit blau verwechseln von der tp linie also unten ist gap close schöner impuls jetzt wir sind direkt am vorbörslichen tief wie wir hier schön sehen da muss jetzt durch ja wir sind im zweiten trade und alle hatten jetzt die möglichkeit auch aus diesem trade auszusteigen der trade war also im gewinn auch für unser video tagebuch aber wir lassen den jetzt noch laufen gucken mal ob wir die 50 die butter durchjagen und richtung gap closing laufen ja das wird sich jetzt gleich zeigen 64 63 jetzt gehandelt 9 uhr 6 aktuell und für die damen und herren die hedge auf lösung haben 20,5 punkte also andreas du müsstest mit einem kleinen umweg also mit der gegen order raus sein jetzt im zweiten versuch die hedge auf lösung ist der eine 15 box obwohl die vola box heute wie sieht es bei mir eine 13,95 box ist ja und das kann immer mal vorkommen 58 59 0,01 sind wir jetzt gerade vorne ja eine andere wird jetzt sagen es lohnt sich nicht im zweiten trade aber ich kann da auch nicht vorhersehen dass der kurs sich dann da aufschaukelt so gap closing 56 55 schauen wir mal ob wir die 50er marke durchbrechen gibt noch mal rüber zu den doppelboxer zu christoph genau müssen nach wie vor durch das vorbörsige tief hierdurch da hängt er aktuell noch also 13,950 aktuell die grenze erster trade muss eine große strecke gemacht werden das haben wir gestern sehr schön gesehen und erst direkt zum starten morgens weg gefallen ist und im ersten da draußen war im zweiten dritten wird die strecke etwas weniger so wir haben auf der rechten seite auch noch natürlich noch eine big number am laufen vor allem im zweiten dritten wird die strecke etwas weniger also das war wir die brechen ein bisschen mehr auf der rechten seite auch noch nicht mehr die vola box das spielt keine rolle ob ich die auf fünf minuten eine minute die sind ja meistens gleich so wir sind jetzt im vierten tritt und jetzt gehen wir noch mal auf angepasst so und jetzt sehen wir wenn er jetzt durchzieht lohnt sich das ein wenig mehr als jetzt eben ja und wir wollen auch nicht zu gierig werden unser tagesziel haben wir schon erreicht aber trotzdem schauen wir mal ob die bewegung ausreichend gucken wir einmal auf unser zweites und interesse template mtx da kommt noch keine richtig hübsche kerze rein für ein short trade aber fokus ist jetzt im vierten tritt da lohnt sich das also die auf schauklung wenn er jetzt ziehen sollte und für alle die dann herz rhythmusstörung haben und dem vierten trade jetzt schon nervöse finger haben die sollten dann aussteigen ihr wisst ansonsten rock'n'roll jetzt 0,01 0,02 das geht jetzt schnell wir nehmen das schloss schon mal raus so 0,06 0,07 0,07 zum ersten zum zweiten na komm schon 0,08 und adios amigo das heißt wir haben diesen trade nach hause gebracht auch für unser video tagebuch wir nähern uns wir nähern uns meine damen und herren den neunhundertsten tag nicht den neunhundertsten trade sondern den neunhundertsten tag in unseren trading tagebuch den eröffnung straight ja und wir haben jetzt gesehen hier oder box wir haben den trade sauber nach hause gebracht und auch mit mehr gewinn als man erwartet hat und auch dafür die skeptiker ein verlust trade und ich musste eine million trades wieder reinholen die sehen denn auch hier dass wenn wir ein trade mal auf angepasst drücken dass ich dort denn dementsprechend die performance auch aufbaut so ich übergebe das wort an mr christoph und ich bereite mich dann eher auf die untere big number vor und wünsche allen youtube plan einen erfolgreichen handelstag wir machen im live trading raum jetzt weiter